ok ich mach ja ich bin bereit ok ok 3 2 1 jetzt mach mach du doch meine güte ok hey Leute und willkommen zu einem neuen Projekt namens BT Rises 2 mit dem Bad Cheater ganz genau ich wusste nämlich gar nicht wie das Projekt heißt alles klar ok auf jeden Fall ist das so ein Mod Projekt mit einem eigenen Mod Pack ja er mag mich und ja der Flenswort ist auch drauf das heißt wir haben hier erstmal alle Waffen, Fahrzeuge und so weiter und ja äh hast du dein Fahrzeug hast dein Fahrzeug ich habe kein Fahrzeug bekommen bitte ohne Spaß du der hat uns ein zweites gegeben aber der hat es uns abgezogen egal dann place das einfach da passen ja zwei rein ja komm komm auf die Straße nein ich baue Bäume ab bist du behindert jetzt komm die Straße Tobias es gibt keine Straße sicher gibt es eine Straße was ist das für ein Scheiß ja dann halt eine Ladebahn stopp da muss Fuel ran nein warte ich werde am G ich werde so Fuel ich bin ans am G geht das jetzt? ja nice ok ja geht es fährt warte ich kann nicht F5 drucken ja ah so kann ich F5 drucken ja ah nice kennst du das wenn du in Bäume reinfährst ok das ist immer schön ich bin scheiße der Steuern wer kennt es nicht wer kennt es nicht wer kennt es nicht bitte ah das brennt jetzt nicht weißt du was weißt du was Tobias weißt du was ich lauf lieber ja jetzt sind halt zu viele Bäume Tobias ich bin nicht mehr im Auto drin ich bin nicht mehr im Auto drin Tobias ich hab keinen Bock mehr ja Junge ich kann mal nicht fahren ich baue den Scheiß mal wieder auf ja steig doch aus warte scheiße das Auto das Auto rennt weg so oh mein Gott Tobias kennst du das wenn du bei fahrenden Autos einfach raus springst ja kenn ich immer boah komm hier komm komm so steig doch rein steig doch rein komm halt doch dein Maul du fährst doch weg du bist hier doch der Spasti er ist so ein Spasti er fährt weg ja was kann ich dafür wenn das du kannst fahr in den Bus ein ja ich backe im Block grad wo ist der wo ist der ja ey wo ist der Wagen ich hab den abgebaut denn ja ich hab den waschenländer Inventar lo und das Fuel ist jetzt dank dir auch weg komm komm da sind die pinken Bäume ja nein jetzt haben wir keinen Fuel mehr was ist das wie das Auto ist kacke du bist doch jeder Mordspezialist ich loote mal die Blaubeeren das sind Bären die bringen Essen okay na Blaubeeren kannst du essen wir müssen Holz sammeln Tobias ja ja okay du baust den Baum ab ich baue den Baum ab ja danke danke übrigens ich kann ja noch ein bisschen so zum Projekt erzählen ähm ja es sind in der Regel Zweierteams in der Regel manchmal sind auch Leute alleine man muss sich hier Basen bauen und von Sonntag bis Mittwoch ist PvP Time wo man sich halt schlagen darf wo man sich killen darf äh ja die Basen darf man nicht looten aber man darf halt so ich denke mal das gekillte looten so zu sagen ja und äh dann von äh Donnerstag bis Samstag ist halt keine PvP Time da ist dann halt nur mit Absprache PvP ja insofern ich gehe zum Projekt wo bist du? hinter dir ach so hier sind auch so ein paar Technik Mods dabei ja also sind halt schon relativ viele Mods so 32 oder was auch immer 33 waren ah ich glaube 30 oder so ich weiß nicht ja irgendwas um die 30 ich weiß nicht ja vom Optifor hin ja hab ich auch so ich denke zum Mod-Pack ist in Nightworth ok dann in der Lauf was was machst du? schau doch die Werkbank auf Tobias wie du mich ankummst mann er macht keine Lauf dieser Blick war unbezahlbar ach frag mich nicht dann kann man für das Raw Raw Boot kann man eigentlich benutzen ich bin so ein Idiot ich bin so ein Idiot hast du schon eine Spitzacke gemacht? ich hab doch eine vom Anfang ja die hab ich nicht mehr deine wird ja weg, ne? ja weil wir haben ja halt so Start-Items zum Dings bekommen aber ich hab halt ein bisschen so am Spawn gehangen und dann hab ich dadurch die Items verschwendet ja weil du bisschen gestorben bist ja durch Mobs eigentlich wär jetzt nice haben wir erste Folge schon Tobias also wenn drei Kaktusgrün brauchen wir Tobias ja aber woher kriegt man die nochmal? ich hab das vergessen also grün kriegst du indem du Kaktusse brennst ja 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 brauchen wir Kaktusse ja bist du ein Stein ok ich hab auch zwei Steine für ein Schwert hier brauchen wir schon mal ein Schwert ich hab die da auch nicht irgendwie ok nice ja das ist das ist alles unnötig das hab ich im Spawn auch so immer eingesammelt von irgendwelchen Grabsteinen ähm ok da sammelt er meine Steine ein ok ok da mach ich mir mal eben noch ne Spitzsack und dann leuchtet sie irgendwie wenn die Wolke entspannt und ja was machen wir denn als erstes Jonas? du kennst dich doch hier so gut mit dem Mods aus äh ja erstmal eben andere Ressourcen fahren erstmal noch ein bisschen Holz sammeln also Eisen schon direkt gleich ja klar Eisen und alles was geht ok aber warte mal ich nehm schon mal die Dings mit ja ok ah da hinten ist so ne kleine Wasserhöhle dann komm mal mit vielleicht ist hier ein bisschen Eisen warte kurz wenigstens hab ich jetzt mal ein Schwert wo ich erst mal auch Gegner vernünftig töten kann so aber hier ist auch nichts das heißt wir müssen uns nicht unter dem Graben ok ich wollte auf die andere Seite Tobias ja ok ach ja falls ihr euch gefragt habt warum so wenig Videos kam das Problem war Battlefront ich hab immer nicht am Freitag Battlefront gekauft und kopf und hab's und hab's das ein bisschen gesucht ok doch wir können Tobias wir machen erste Folge machen wir das hey ist hier nicht ist das Cactus Green ja ist das ja die kannst du auch einschmelzen ja nice nice ich hab schon oh bist du down? ne ok da sind zwei Creeper hinter dir warte ja Tobias komm einfach an Land kurz komm mit warte ein Wasser zu kämpfen ist aber einfacher mit Creepern Tobias komm doch einfach zu mir komm Tobias komm einfach danke ja warte hier sind aber ein paar Seegras womit man einen Cactus Green machen kann Tobias wir brauchen aber nur drei Cactus Green ist das schon klar ja hab ich schon zusammen glaube ich ja die hab ich auch schon oh ich hab zum Glück geblockt sonst wär ich jetzt tot ja ok ich hab drei Cactus Green genau alter Select bei den anderen hab ich gerade ja ey das äh Schwarzpülver einsammeln Tobias du weißt warum ja und wenn man stirbt passiert eigentlich nichts so weil ich's mitbekommen hab Tobias Tobias was ist das? was ist? guck mal hier Tobias wo bist du? Tobias wo bist du? Tee ist ein aggressiver Hund ich weiß nicht wo du bist ich bin hier am Strand ja genau ich ich wollte dir ganz genau den Hund wollte ich dir zeigen warte ich komm von hinten ok warte dann weg ja hast du den genug gesehen? den Zombiehund alter? ja wir brauchen aber ein bisschen mehr essen ich wollte hier hin Tobias hier wollte ich hin ja schwimmen wir hier schwimmen wir hier irgendwie auf hart oder so ja Skelette sind immer ein bisschen scheiße mit Rüstung ist das hier Copper? das ist Copper warte hier ist äh aus Copper können wir doch Tools machen oder? ja glaub ich äh ja weil ähm Copper Schwert ist eigentlich voll gut dann weil ich glaub ich hab das mal äh diese Mine War wo ich ja früher mal dabei war gehabt erstmal hier die Wasserquelle kurz weg machen hier ist Sandstein so ähm 10 Kupfer ok äh ja hast du schon einen Ofen oder so? ja ich kann eigentlich auch schon einen Ofen kraften ne geh schon mal weiter rein und guck ob da noch mehr ist noch ein bisschen mehr Kohle ok ja ich kraft du grad schon mal hast du hast du grad Kohle? dann tu die in den Ofen ok ich denke das kann man noch nicht abbauen bauen wir hier wieder ein bisschen noch ein bisschen zu Kupfer ab weil das grün oder was? das Uranium so weil wenn man daraus Tools herstellen kann dann sind die so gut wie ein Diaschwert glaub ich ich bin mir aber nicht mehr sicher was mit Copper war äh so hier ist auch Eisen warte so ein ja nur zwei Stück schade wenn du genug hast machen wir noch einen zweiten Ofen ne ne man kann das nicht mit Kupfer herstellen also Kupfer ist unnötig nein Kupfer brauchen wir später für Maschinen ja aber nicht für jetzt weil das war ähm Rubin wo man Tools herstellen kann ja ach die meinst du ja die die sind gut damit kannst du gut sagen und die hat man eigentlich relativ oft gefunden ich weiß natürlich nicht wie es jetzt hier aufgebaut ist äh äh lol ah hier ist ein Meteor abgestürzt oder so ich weiß nicht ich bin grad aus der Höhle rausgegangen ok ja Meteor stürzt ihn glaub ich ab und zu mal ab ich bau das mal kurz ab äh hast du Eisen oder so was noch gebrannt werden könnte 2 Stück hätte ich ah die sind immer im Winter ja dann tu mal rein dann kann ich vielleicht schon ein oder ein Schwert machen ne jetzt gleich wieder abhack ok ja das Schwert ist jetzt unmöglich wie er ist wir brauchen noch kein Schwert ja Rüstung oder was oder äh äh gehst du direkt auf Waffen gar nicht einfach schmelzen und chillen aber wir brauchen noch Rüstung ne Rüstung ist schon sehr sehr wichtig im Leben ja so Tobias hast du immer noch nicht genug Dings hier gesammelt du hätt schon Koppels dann sammeln können damit du will der mich komplett verarschen willst du uns verarschen guck mal warum wie er einfach im Vanish ist ne der ist nicht im Vanish der ist einfach ne unsichtbar und beobachtet uns willst du uns verarschen pack uns nicht ab danke verpiss dich wir sehen deine Partikel danke verpiss dich danke ja ohne Spaß was sollten wir nicht richtig machen ja er kontrolliert immer sehr gerne aber das sind unsere Pläne du darfst doch nicht einfach für uns kontrollieren man ey ich weiß noch früher das war du Dings Zeit die Aussies nein ich weiß alles klar ja das ist auch recht cool hier ist so ein Mod drauf womit man reden kann also wenn man Push-Talk mäßig halt ja da kann man eben Leute abfacken inzwischen das ist lustig ja oder bekämpfen keine Ahnung GG sagen oder was noch immer statt das zu schreiben du dummer Hacker Hacker Drecks ist halt so wie in GTA Tobias hol mal den Ofen Tobias ok hier ist überall nur Copper ich will Eisen und nicht Copper Copper ist scheiße ah ich hab Eisen gefunden so ok Tobias du weißt das für eine erste Folge jetzt werden wir eine Waffe erstellen können nice welche Waffe dann keine Ahnung kommen wir schon die Biesen nein nein ich weiß es noch nicht was hast du gesagt woher kriegt man Fiber Fiberglas woher kriegt man denn Fiberglas achso dafür brauchen wir Dings äh Glas und ah guck mal ich hab ne Hülle gefunden nice Glas und was Tobias ich hab ne Hülle gefunden nice oh mein Gott da kann sowas Gutes drin sein wenn wir Glück haben wie nice ich erkunde hier mal ein bisschen hier sind ein paar Spinnenweben hier hinten bis Ende alter nice hier ist noch ein bisschen Iron mal aufbauen so hast du jetzt alles mitgenommen von oben ja dann stell den schon mal stell schon mal den Ofen ja klar den Ofen ja keine Ahnung die Workbench keine Ahnung äh ja äh ich nehm auch mal ein paar Spinnenweben mit wegen Bögen und so ja Bögen brauchen wir eigentlich nicht Tobias haben gleich schon Waffen ja okay ich mach noch den Ofen aber trotzdem oder Angel was auch immer ich weiß ja nicht ob Angel erlaubt ist hier Angel PvP ja richtig Angel PvP Action Hive Player immer natürlich Tobias pack mal bitte dein hä hä warum geht das nicht also Kupfer ist mega mega häufig nimmst du hä du kannst Edelgras einfach so im Inventar umwandeln ehrlich ja ja gib mal kurz eins ich brauch noch ein einziges guck mal so was ist das denn hast du jetzt noch was gehabt an Eisen Eisen hatte ich ja warte kurz Blei brauchen wir Blei ja hier schon in den Ofen ja nimm erstmal alles mit ok warte ich geh grad mal schon mal wieder nach oben und hol die Sachen dafür bisschen für Fiber und so nen Scheiß bis wir nehmen jetzt 13 Minuten schon auf lass so 20 machen oder ja für erste Folge ja ok jetzt noch ein bisschen Eisen ah fuck hier unten ist grad ein Skelett der Skelett weggerackt so ja ist eigentlich so ein PvP Projekt kann man sagen ja ein bisschen alter hier kommen einfach so Zombie Köpfe raus wenn man die Zombies gekillt hat manchmal lol hier ist Licht ich glaub hier ist ja hier sind Fakke noch von Minenschacht da geht noch weiter ich seh ne Kiste ach warum warum baue ich Dings ab und was ist in der Kiste dran na crap Zinn Kürbiskern Kürbiskern sind doch gut oder wegen tränken ja wenn wir jetzt noch wenn wir ja nein du hast nichts mit Kürbissen gar nichts ja ok Kürbis sind eigentlich nur für Kürbiskuchen da oder mit sich Endermans nicht angreifen ja wir können aber eine Kürbisfarm oder so machen keine Ahnung wenn wir Jünereier haben und so ein Scheiß können wir das machen dann können wir eine Dingsfarm machen wenn ich jetzt noch Clay finde können wir schon die äh alter andere Sachen machen ich wär fast verreckt wir brauchen ein bisschen hast du noch ja ok ich hab noch grad Brot gefunden von dem in der Kiste dann ess ich erstmal das weil ich wär grad fast verstorben ja also das kannst du mir ja frech denken ey ich find grad keinen Clay Boah die Leute sehen bestimmt grad gar nichts in meiner Aufnahme weil ich grad unter Wasser bin ah da ist Clay Clay ist für Fiber oder? ja ey meine Spitzhack ist aber schon fast kaputt mh alter hier ist so ne übertriebene Schlucht hier ist grad ne Schlucht Jonas da gehts tief runter da ist Eisen, Gold und und Sin oder was das auch immer ist ok 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 ist krass aber ich folg jetzt erstmal dem Minenschach ey alter hier ist ne hier ist ne hier ist ein Creeper mit dem äh mit Effekten what the alter ich muss mich glaub ich mal einbauen farmst du grad Fiber oder was? ich brauch ja ich brauch glaub ich noch einen einzigen den brauch ich glaub ich ja so komm ich nur noch an die Oberfläche ich brauch schon mal wieder was essen ich komm schon nach unten ok lehm äh also Clay und äh Sand brauchen wir immer ein wenig ja ich hab aber schon von beiden genug ja wenn ich block hätte haben die keine Chance ja ok doch wenn die zu zweit sind so man kann nämlich das hier machen so zusammen craften Clay Blöcke Sand zusammen craften dann kriegt man Clay und Sand äh Mixtur raus und die kann man dann braten dann kriegt man so Fiber noch was raus ich weiß nicht ob das auch Fiber heißt also in Mixtur hat auf jeden Fall noch keiner entdeckt das ist nice hab ich schon mal was zum Titel schreiben hier werden wir auch erstmal chillen ja hier ist auch noch eine riesen Schlucht nebenan von daher ja du wirst jetzt gut kommen wo du in unserem Bereich da ich seh dich grad ich weiß nicht ob ich wieder zurückführe sonst brauch ich mich gleich einfach zurück äh warte hast du grad Fackeln gemacht warte Jonas bleib mal so oh das ist ne Spinne wo bist du da bist du ne ah ich seh dich hey ich seh deinen Namen nicht ah da komm ja so in der ersten Folge haben wir folgendes geschafft nice das war schon die Weapon Box nice das ist nice ja klar und jetzt das ist schon Fiber achso warte äh haben wir genug Iron ist das Semantic Ding da drin ja ich weiß es grad nicht hast du denn noch Album gefunden? äh mhm acht Stück ja brenn das ja geht grad nicht warte ganz irgendwo ja ich mach nur kurze neue Noten gibst du einfach irgendwo was raus ich brauch grad einen neuen Ofen schon geht ja klar ah fuck ich hab zwei zu wenig für die Bösen geholt ich brauch noch zwei Clay okay kann sich dann die nur einer machen oder schon zwei? ne nur einer die kostet acht und zwölf Eisen wie viel Eisen hast du denn Farben? sonst hast du grad ein bisschen Eisen Tobias wir brauchen grad noch Eisen okay ja wir müssen aber auch mal kurz auf die Folgenlänge achten ich seh jetzt 18 Minuten ja ja besser wird das Clay gar ja aber in die äh Schlucht sollte man dann in der nächsten Folge gehen dann können wir in der nächsten Folge für uns beide die Waffe machen ja gestert ihr gleich erst einer und dann in der nächsten Folge wir beide ja weil wir nehmen das nämlich grad ja auf dem Sonntag auf okay Sonntagabend aber theoretisch ist es eben äh PvP Zeit ja aber so viele Leute sind äh nicht in dem Projekt das heißt man hat jetzt nicht so extrem die Gefahr gesnipet zu werden oder so zumal die denk ich auch nicht wissen wo wir sind jetzt grad ja und ich denke so ab der fünften Folge oder was auch immer sollten wir uns da mal langsam um der Base kümmern so ich hole jetzt grad noch die zwei letzten Clays also eins hab ich schon das andere so hab ich jetzt auch jetzt muss ich noch zur Base also ich hab jetzt grad sieben Eisen im Inventar ich weiß ja nicht wieviel du noch hast 5 ne doch dann passt das dann haben wir 12 dann haben wir schon aber hast du noch mehr Eisen? haben wir vielleicht sogar noch Schüsse machen können? sind wir schon mal ganz klar ne noch nicht aber lass in der nächsten wir können in der nächsten Folge einfach in die Schlucht gehen da ist genug Eisen da nehmen wir einfach alles mit egal aber ich baue jetzt auch schon mal alles ab Weapons Bock kann man ganz normal mit einer Spektak abbauen ne? nein Tobias wir können hä nein Tobias lass doch einfach alles stehen nein schon bevor die looten das hä die dürfen das doch gar nicht looten darum gehts doch ach stimmt stimmt die dürfen es nicht looten nicht mal abbauen wissen die nicht nein ok hä Tobias das ist genauso wie looten wenn du es abbaust ja aber gut aber keine Ahnung ja dann lass sie einfach stehen ja 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 äh kannst du mir schon mal das Eis geben? äh ja du hast die Mixturen rausgenommen du musst mir alles geben lol ich kann ja nicht mal mit STRG machen äh hier Fiber hier noch ein bisschen Holz keine Ahnung brauchst du eh nicht so ja hab ich schon brennen benutzt vorhin glaub ich so Tobias und hast du hier alles im Inventar und die Biesen ist aber auch weit hinten glaub ich oder Tobias Alter ich seh die noch nicht mal als ich glaub ich hab's übersehen ja 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 nice die sieht nicer aus hast du schon Money? ne oder? ne ne wir brauchen da wenn du sonst jetzt gerade ganz stumpf ah ne ein Pack kostet 5 brauche ich mir noch 4 Dings brauche ich mir wie viel kostet das? 4 Eisen ich seh die auch grad 4 Eisen 5 Eisen und hier Gunpowder ja Gunpowder kriegen wir durch Creeper oder? kriegen wir das sonst noch woanders? ja ich weiß es nicht ich kann grad sonst mal kurz nachgucken durch Sulfur kriegen wir das Sulfur können wir aus Sulfur ok woher kriegt man Sulfur? wenn man Glowstone Staub mit Shark Coal zusammen craftet Gun Sulfur kriegst du von Sulfur Cloud also Sulfur Dinger frag mich nicht was das ist ok egal lass dann jetzt die Fall beenden sonst wird die zu lang was ich sonst noch machen könnte ist das hier haben wir eigentlich nen Team Namen? keine Ahnung Bad Freeze was weiß ich naja Bad Freeze ah schreib ich dann direkt nen Titel Hashtag Bad Freeze freeze ja warte nein nein base ok 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 nice ja dann würde ich sagen hoffe euch hat der erste Part gefallen ja wir sehen uns dann in der nächsten Folge haut rein und ciao tschüss tschüss ja might hit tschüss ich do